Guten Tag und herzlich Willkommen. In diesem Video geht es wieder um die Stickstoffgruppe, die fünfte Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente. Wir werden uns heute im dritten Teil mit der Herstellung der einzelnen Elemente beschäftigen. Stickstoff Technisch wird Stickstoff nach dem Linde-Verfahren hergestellt. Das ist fraktionierte Distillation und Kondensation der Luft bei niedrigen Temperaturen. Im Laboratorium stellt man Stickstoff gemäß der Reaktion NH4NO2 reagiert zu N2 plus H2O her. Diese Reaktion läuft ab, wenn man das... Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com